Hallo, hier ist Jörg von myDoc365. Heute geht es um das Thema, warum leckt dein Hund dich ab? Wenn dir das Thema gefällt, freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Ja, warum leckt dein Hund dich ab? Dafür gibt es zwei hauptsächliche Gründe. Um den ersten zu erklären, müssen wir nochmal zurückgehen zu den Wölfen. Wenn eine Wolfsmutti Babys hat, dann muss sie die ja nicht nur mit ihrer Wolfsmilch versorgen, sondern muss ihn ja irgendwann auch mal etwas Festes zu essen bringen. Dann geht die los, geht jagen, da sie keinen Rucksack hat, wird sie das alles erstmal abschlucken und fressen, um es ihnen dann wieder vorzuwürgen. Dieses Vorwürgen wird ausgelöst durch einen Reiz, den die Welpen selber auslösen. Und zwar kommen die zu ihrer Mutti, wenn die nach Hause kommt, und stoßen ihr hier mit dem Mäulchen in die Maulwinkel rein und lecken auch da dran. Und das bewirkt den Reiz, dass die Mutti das mitgebrachte Essen auspackt. Und dieses Verhalten, das entwickelt sich weiter, dieses infantile Verhalten bleibt beibehalten und findet dann auch in Begrüßungssituationen wieder Anwendung. Das bedeutet, grundsätzlich versuchen Hunde, auch vor allen Dingen, wenn sie uns anspringen, versuchen die an unsere Maulwinkel zu kommen, um dieses Ritual wieder auszuleben, was mit einer Begrüßung verknüpft ist. Okay, wenn sie jetzt also nicht da rankommen können, also hochspringen können, was wir ja meistens unseren Hunden verbieten, dann haben sie das Bedürfnis, aber dennoch irgendwo dran zu lecken und irgendwo mit ihrer Maulchen dran zu stoßen. Und das ist dann meistens an der Hand, vielleicht auch mal so ein bisschen am Gürtel, aber öfters eigentlich so an der Hand. Der zweite Grund, warum Hunde an dir lecken, ist der, dass es einfach dazu gehört zum partnerschaftlichen Grooming. Also das ist ein Sozialverhalten, ein soziopositives Verhalten, das angewendet wird, um den anderen zu sagen, du, ich hab dich gern, ich hab dich lieb, ich möchte gerne in deiner Nähe sein, ich finde dich sympathisch. Und wenn dein Hund das bei dir macht, dann hat das also grundsätzlich erstmal nur einen positiven Hintergrund. Also irgendwie hat das was mit Sympathie zu tun. Jetzt mach dir aber keine Sorgen, wenn dein Hund jetzt nicht an dir rumlägt, dann musst du jetzt nicht befürchten, dass er das so sieht, dass er dich jetzt nicht mag, sondern vielleicht ist er einfach auch nicht so ein Schlecker und macht das einfach gar nicht so häufig und so gerne. Es gibt jetzt neben diesen beiden Hauptgründen noch einen anderen Grund, der relativ selten vorkommt. Dafür muss dein Hund aber jemand sein, der viel mit seiner Zunge schlägt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wenn er aufgeregt ist und nervös ist, dass er dann anfängt, an irgendetwas zu lecken und meistens dann auch an deiner Hand oder an deinem Hosenbein, um seinen Stress abzubauen. So was passiert zum Beispiel leicht, wenn du mit deinem Hund im Wartezimmer deines Tierarztes wartest und er schon aufgeregt und nervös ist, er darf nicht mit den anderen irgendwie kommunizieren, sondern soll bei dir bleiben. Er weiß nicht, was kommt gleich, hat vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, sondern ist er aufgeregt und nervös. Und dann fangen sie einfach an, so irgendwo herumzulecken. Wie gesagt, diese Übersprungshandlung wird nur von den Hunden gezeigt, die auch ansonsten sowieso auch schon gerne viel irgendwo herumlecken. So, das war's für heute. Tschüss, dein Jörg.